Hallo und herzlich willkommen zurück zu BF Gaming Sonntag mit einem weiteren Infovideo und zwar haben wir jetzt heute natürlich die Ergebnisse der BFL nach dem Wochenende bzw. auch nach dem letzten Wochenende, da kam ja kein Video, also ein paar zu wen Spiele waren meiner Meinung nach. Wir fangen direkt an mit den Ergebnissen, die neu sind und zwar hat der 10D gegen den Chaos Reaper mit 6 zu 1 gewonnen. Was ist denn hier noch neu? Der Tom Borussia hat 0 zu 6 gegen mich verloren. Der Easy Rider hat 6 zu 1 gegen den Chaos Reaper gewonnen. Der 10D hat 6 zu 1 gegen die Tüte gewonnen. Ich habe 6 zu 2 gegen den Easy Rider gewonnen. Tüte hat 6 zu 2 gegen Vulcanic gewonnen. Was ist denn hier noch neu? Das ist jetzt so die Frage. Ich habe es natürlich jetzt nicht im Kopf, das ist relativ spontan. Ich glaube, das müssten die Ergebnisse gewesen sein, die neu sind. Falls ich da jetzt ein Spiel vergessen habe, jetzt zu sagen, ihr seht ja trotzdem hier die Ergebnisse eingeblendet. Ansonsten, wie sieht die aktuelle Blickstabelle aus? Es ist so, wir haben mich und den 10D auf Platz 1 und 2 mit genau derselben Punktzahl, mit genau derselben Anzahl von Spielen, mit dem selben Resultat und mit derselben Differenz. Da entscheidet also das Alphabet momentan nur, dass ich auf Platz 1 bin. Und genau, darunter auf Platz 3 ist dann Easy Rider mit 4 Spielen 6 Punkte. Er hat ja seins gegen mich verloren, hat eine Differenz von 1. Deswegen ist er wegen der einen Differenz noch über Tüte. Tüte ist dann 4. mit 4 Spielen 6 Punkte, aber eine Differenz von 0. Dann kommen wir mit den Leuten, die nur 3 Punkte haben. Das ist der Tom mit 3 Spielen 3 Punkte, minus 4. Minus 4 ist immer noch besser als minus 5, deswegen ist Farox auf Platz 6 mit 3 Spielen 3 Punkte. Dann hätten wir den Chaos Reaper mit 5 Spielen 3 Punkte. Der hat die meisten Spiele und auch die härtesten Spiele hinter sich. Er hat eine Differenz von minus 17 und dementsprechend ist er siebter. Und das Schlusslicht der Tabelle ist momentan Vulcanic Scarf mit 3 Spielen 0 Punkte und eine Differenz von minus 13. Falls sich jetzt manche fragen, was ist mit Giftpils, was ist mit selten dämlich? Die beiden sind raus aus organisatorischen Gründen. Dementsprechend wird diese Saison nur mit uns fortgeführt. Die geht dann schneller rum. Dafür gibt es aber eine Rückrunde, das kann ich versichern. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten sieht man sich im nächsten Video mal wieder. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Au da rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.